Hallo Samuel Freunde, herzlich willkommen zu Orakel Nummer 34 bei dieser Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich und damit zum finalen Spiel der Gruppe E zwischen Kamerun und Neuseeland. Beide Teams nur noch mit Chancen auf Platz 3 in dieser Gruppe. Und ob die Punkte dann für das Achtelfinale reichen, hängt natürlich vom Ausgang der Spiele in den anderen Gruppen ab. Aber wir schauen mal, was das Orakel zum Ausgang dieser Partie sagt. Wir beginnen mit Sarah Dorsun aus dem deutschen Team. Dann haben wir Fettvisit für Thailand, Oshuala für Nigeria, Bonacea für Italien und Kelland Knight für Australien. Weiter geht's mit Päckchen Nummer 2 und Gauvin für Frankreich. Nochmal Frankreich mit Diany. Laket Argentinien, Jiménez Spanien und Rodriguez Argentinien. So, dann schauen wir mal, ob das letzte Päckchen uns noch eine Entscheidung bringt. Zunächst haben wir Paul Klingon für Australien, das Wappen von Jamaika, Kira Walsh für England, das Team der französischen Nationalmannschaft und Shaw ebenfalls Jamaika. Somit haben wir ein torloses Unentschieden beim letzten Spiel in dieser Gruppe E. Solltet ihr der Meinung sein, es fallen doch Tore in diesem Spiel, dann schreibt euren Tipp unten in die Kommentare. Like und Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns nachher nochmal zu den finalen Gruppenspielen der Gruppe F mit Schweden gegen die USA und Thailand gegen Chile wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.